Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mal ein ganz anderes Thema und zwar meine Pflegeroutine. Auf Instagram habt ihr mich schon sehr, sehr lange mit Nachrichten bombardiert, was ich denn alles so benutze an Hautpflege. Ja, ich gehöre zu den Frauen, für die Hautpflege nicht nur Hautpflege ist, sondern wirklich auch, ja ich sag mal Skincare ist Selfcare. Ja, also für mich ist das schon immer, ja also auch nach den Sechslingen und so, ich habe mir immer diese paar Minuten Zeit genommen für mich, morgens und abends für meine Pflege. Ja, weil das ist so, ich habe was für mich getan. Das ist mein Ritual zum Entspannen und runter zu kommen und dann habe ich halt immer so ein gutes Gefühl, dass ich halt was für mich selber getan habe. Und ja, ich habe so, also das Thema Kosmetik, Pflege und so hat mich schon seit meiner Jugend sehr, sehr interessiert. Ich habe mich sehr viel auch immer, wenn ich dann Zeit hatte, mit dem Thema beschäftigt, sehr viel geforscht. Ich habe auch vor Jahren immer eher so ausländische YouTuber und so angeguckt, wo die Skincare, ja die Hautpflege einfach auch nochmal ganz anders war, als hier in Deutschland, was man so kannte. Deswegen, ich werde euch in diesem Video jetzt einmal meine Morgenroutine zeigen. Alle Produkte, die ihr auch hier sehen werdet in dem Video, sind alle selbst gekauft. Das ist keine bezahlte Werbung, das sind wirklich Produkte, die ich schon sehr, sehr lange benutze und euch deswegen auch empfehlen kann. Ja, ich benutze auch noch viele Sachen. Ich bin da wirklich so in Sucht, die ich teste super gerne immer wieder neue Produkte und spiele da gerne rum. Das ist wirklich so mein Hobby, würde ich sagen. Ja, deswegen folgt mir da auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Auch da werde ich jetzt regelmäßig euch Empfehlungen geben. Deswegen gerne auch da vorbeischauen. Hier werde ich euch jetzt auf jeden Fall schon meine Skincare-Routine zeigen, die ich schon sehr, sehr lange benutze, die ich euch super empfehlen kann. Ja, die Wirkstoffe, die ich benutze, da werde ich euch hier an der Seite auch einmal einblenden, so damit ich jetzt nicht so drei Stunden wieder erkläre alles. Einfach mal einblenden, wofür das ist. Kommen wir mal erstmal zu meiner Haut. Ich habe eine normal bis trockene Haut. Bin 37 Jahre alt und womit ich eigentlich eher so zu kämpfen hatte in den letzten Jahren waren Pigmentflecken. Also ich habe schon immer, ja Gott sei Dank, eine sehr reine Haut gehabt. Also ich habe nie wirklich zu Unreinheiten geneigt. Außer jetzt aktuell, seitdem ich die Pille abgesetzt habe, merke ich, da will viel sprießen. Aber das habe ich wirklich mit meiner Pflege sehr, sehr gut unter Kontrolle. Und die Pflege, die ich benutze, ist auch wirklich für alle Hauttypen geeignet. Also die Wirkstoffe, die ich nutze, sind wirklich für alle Hauttypen geeignet. Aber ich habe eine normal bis trockene, teilweise auch manchmal empfindliche Haut. Ja, also wir starten mal einmal mit der Morgenroutine. Morgens, was ist, ne? Man wäscht sich das Gesicht. Morgens sollte man auf jeden Fall das Gesicht waschen. Dazu reicht eine leichte, milde Pflege. Ich benutze dafür sehr, sehr gerne Smoothing Cleanser von Cera B. Das ist der mit Salicylsäure. Da gibt es verschiedene. Medium zum Beispiel benutzt den grünen, den Fomi Cleanser, glaube ich. Genau, den will ich auch noch probieren. Aber ich bin jetzt mit dem sehr, sehr zufrieden. Der hat auch Ceramide, Salicylsäure und Hyaluronsäure. Also den finde ich sehr, sehr gut. Kann ich ja mal hier zeigen. Wie sieht der aus? Das. Oder halt auch mal so eine Reinigungsmilch. Also das habe ich auch. Das habe ich. Ja, aber das ist so eigentlich das, was ich jetzt aktuell so am meisten benutze. Dann als nächster Schritt haben wir hier die BHA-Säure. Die BHA-Säure, da werde ich euch hier mal einblenden, wofür das alles gut ist. Ich benutze ja zwei Säuren. Einmal die AHA und BHA. AHA ist aber abends. Das werde ich euch dann in meine Abendroutine dann einbauen. Auf jeden Fall. Ja, hier steht eigentlich, dass man das so auf dem Wattepad drauf tut und dann ins Gesicht macht. Aber ich finde das immer so verschwenderisch. Ich habe das schon echt jetzt so. Hält es nämlich richtig lange. Ihr seht ja, ich benutze das da in dem Moment auf die Handfläche und verteile das einfach so ohne diese Verschwendung da jetzt mit dem Wattepad. Ja, also das ist auf jeden Fall ein chemisches Peeling. Und zu chemischen Peelings ist es wirklich, ich habe das vor Jahren, ich weiß nicht, wann ich da angefangen habe, ich glaube vor vier, fünf Jahren habe ich chemische Peelings entdeckt. Vorher, ihr kennt das bestimmt, so diese Peelings, wo ja so Körnchen drin sind, die super, super schlecht sind für die Haut. Ja, wo man einfach diese trockene Hautschüppchen entfernt. Und das ist so ein Unterschied, das ist so ein krasses Next Level, ja, sozusagen. Naja, wenn ihr von diesen Körner Peelings zu den chemischen Peelings kommt, das ist so ein Unterschied. Das ist so heftig. Also ich benutze gar keine Peelings mit diesen Körnchen, weil ihr kratzt damit und beschädigt eure Haut und so weiter. Das ist gar nicht gut. Lieber die chemischen Peelings da verwenden. Ich habe früher ganz leicht damit angefangen. Da gibt es auch ganz viele Toner, die Säuren enthalten. Und das ist halt jetzt die Salicylsäure, also BHA ist Salicylsäure. Und ja, ich mag das halt sehr, sehr gerne am Morgen verwenden. Man sollte auf jeden Fall aufpassen, Einsteiger, ja, für Einsteiger bitte langsam anfangen, zweimal die Woche, höchstens dreimal und dann einfach schauen, wie eure Haut reagiert. Meine ist schon sehr, sehr gut daran gewöhnt. Also ich kann das schon, also vor allem BHA kann ich eigentlich täglich benutzen. Mache ich aber trotzdem nicht, also mir reicht das so dreimal die Woche morgens dann. Achso, und nicht wundern, in der Aufnahme, wo ich mein Gesicht, wo ich die Produkte benutze, da war meine Stirn ein bisschen gerötet, weil ich mein Gesicht erst gewaschen habe und mich dann angezogen, Kopftuch angezogen. Und da war meine Haut schon so, die braucht Pflege, weil ich normalerweise natürlich mein Gesicht wasche und dann gleich mit meiner Pflege anfange. Und da habe ich mein Gesicht gewaschen, damit ich nicht mein ganzes Kopftuch nass mache. Deswegen war danach schon meine Haut so ein bisschen gereizt, weil die wollte ihre Pflege haben. Genau. Und auch da ist ein bisschen, ja, sieht ein bisschen komisch aus. Ich musste ein bisschen weniger Produkte verwenden, weil ich natürlich normalerweise meine Pflege ohne Kopftuch auftrage. Und die ganze Pflege natürlich auch Hals und Dekolleté runter verwende. Genau. Auch die Säuren benutze ich auch sogar wirklich so ein bisschen unterm Auge. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nicht ganz so unters Auge, aber so schon so diesen ganzen Bereich verwende ich schon alle Produkte, die ich verwende. Genau. Dann als nächstes. Das haben wir das Niacinamid. Das ist jetzt gerade das von Colibri Cosmetics. Genau. Also meine zwei Hauptpflegemarken sind ja so Paulas Choice und Colibri Cosmetics. Das sind so wirklich meine Produkte, die eigentlich, ja, hauptsächlich sind meine Pflegeprodukte von da. Genau. Und auch Paulas Choice hat ein Niacinamid. Das hatte ich schon aufgebraucht. Und jetzt habe ich mir das bestellt, weil ja, hier ist ein bisschen mehr drin und ist ein bisschen günstiger. Aber hat eben das gleiche 10% Niacinamid. Deswegen bin ich jetzt darauf umgestiegen. Einfach mehr Inhalt, aber günstiger. Auch das kann man täglich verwenden und auch das kann man mit der BHA-Säure kombinieren. Denn da muss man auch ein bisschen aufpassen. Zum Beispiel AHA verträgt sich nicht mit jedem, mit anderen Wirkstoffen sehr, sehr gut. Aber Niacinamid kann man wirklich täglich auftragen. Auch das benutze ich wirklich auch so ein bisschen unter den Augen, weil das ist auch gut, auch wenn man so Augenschatten hat. Ist auch Niacinamid dafür sehr, sehr gut geeignet und auch für alle Hauttypen. Und ich benutze es auch eben eher dafür, so um meine Pigmentflecken aufzuhellen. Genau, das habe ich gar nicht gesagt. Ich hatte vor Jahren eben das Problem mit den Pigmentflecken im Gesicht, weil einfach, ja, ich erst mit 30 Jahren gecheckt habe, dass man Sonnenschutz verwenden muss. Deswegen auch hier gerade, ich zeige euch ja hier die ganzen Säuren, wie das BHA und so weiter, Niacinamid. Das sind Sachen, man muss dann immer Sonnenschutz benutzen. Da müsst ihr wirklich drauf achten. Ich zeige euch gleich, welchen Sonnenschutz ich benutze. Aber das ist wirklich wichtig. Auch so, wenn, auch wenn ihr noch nicht diese Wirkstoffe benutzt, fangt bitte an mit Sonnenschutz. Das darf man nicht unterschätzen. Hautalterung, Pigmentflecken ist alles leider durch die UVA und UVB strahlen. Deswegen sollten wir da unsere Haut schützen. Und ich habe halt mit 30 erst angefangen, meine Haut vor der Sonne zu schützen. Und das hat es schon sehr, sehr viel geholfen. Ich habe leider jetzt irgendwie jetzt keine so alten Bilder, wo man das hätte gut sehen können, wie viel stärker eigentlich meine Pigmentflecken waren und wie gut ich die halt jetzt schon aufgehellt habe durch diese ganzen Produkte. Also dafür ist das halt wirklich sehr, sehr gut. Und natürlich ist halt bei mir eben dieser Effekt, dieser Anti-Aging. Also für mich ist jetzt, meine Pflege dreht sich so um Anti-Aging und um dieses Brightening. Naja, genau. So, dann als nächstes. Als nächstes haben wir das Vitamin C Serum. Das sieht so aus. Auch das ist von Paula's Choice. Ich habe aber auch jetzt schon das von Colibri mir bestellt. Das ist ein bisschen, ja, so, ne, man schaut ja so, was ist günstiger. Beide sind sehr, sehr, sehr gut. Von daher könnt ihr dann halt auch schauen, was euch da mehr interessiert. Alle Produkte sind ja auch, bei Paula's Choice bin ich mir gar nicht sicher, doch die sind auch alle tierversuchsfrei, genau, und vegan. Ja, genau, worauf ich noch bei der Pflege achte, ich bin mal so ein bisschen, ich muss mal gucken, dass ich nichts vergesse, euch zu sagen. Ich achte halt auch immer drauf, dass dort, dass die Produkte unparfümiert sind, ja. Also wenn ihr Produkte habt, die super schön nach Vanille und so weiter riechen, sind nicht wirklich gut für eure Haut. Also die können Allergien auslösen und eben Reizungen und Pickel und so weiter. Deswegen achtet auf eure, bei eurer Pflege auf jeden Fall, dass kein Parfüm enthalten ist. Alkohol sollte auch wenig, wenn, dann wenig drin sein. Ja, es kommt auch drauf an, immer welche, welches Alkohol, da gibt es ja auch immer so Unterschiede. Auf jeden Fall sind das aber so meine Favorite-Marken. Und Vitamin C, auch Vitamin C ist eben dafür da, um die Haut, ja, Pigmentflecken vor allem aufzuhellen und auch an Anti-Aging. Ja, also dafür ist es halt auch gut. Genau, und diese Kombination, also ich mach das jetzt nicht immer. Ich wollte es jetzt euch so ein bisschen zeigen, dass ich halt BHA, dann das Niacinamid und Vitamin C Serum benutze. Aber ich mach das nicht täglich so, ja. Also ich mach mal dann Niacinamid. Bei Niacinamid könnt ihr morgens und abends verwenden. Und ich mach das halt immer unterschiedlich. Manchmal nehme ich nur das Vitamin C, manchmal nur das Niacinamid. Und manchmal kombiniere ich auch beide. Also das ist wirklich, ihr müsst euch da so, wenn ihr anfangt mit Wirkstoffen wie eben BHA, AHA, Niacinamid, Vitamin C, Retinol, da müsst ihr wirklich so aufpassen und schleichend diese Wirkstoffe in eure Pflegeroutine einbinden. Ja, also ich hab wirklich damals angefangen mit Glykolsäure, die einfach in einem Toner drin war, dann leichtes Retinolserum am Abend. Also da müsst ihr wirklich euch so langsam, langsam, ihr braucht nicht alles so auf einmal jetzt haben, so wie meine, weil das ist schon so, meine Pflegeroutine ist schon ein bisschen so für Fortgeschrittene. Ja, also ihr müsst nicht alles auf einmal, aber auf jeden Fall ein chemisches Peeling. Wäre schon mal auf jeden Fall ein richtig super Start, dass ihr das ersetzt gegen diese Körnchen Peelings. Ja, denn wenn ihr die benutzt, braucht ihr nie wieder eure Haut. Also eure Haut ist einfach immer entschuppt sozusagen. Und das ist auch immer, viele Nachrichten kommen ja, warum meine Haut so glowy ist und so. Und das ist einfach dadurch, dass sie, ja, halt keine verhornte Schuppenschicht hat sozusagen, sondern immer halt gepielt ist. Und nicht, dass wenn ich warte, ich sehe, oh, jetzt wird die Haut so langsam fahl und trocken. Also so, ne, Trockenhalsfältchen hat man dann ja oft so fahl und dann, ne, gerade so um die Nase fängt sich an, so ein bisschen zu schuppen. Das ist dann so immer der Zeitpunkt gewesen, wo man gesagt hat, oh, ich müsste jetzt mal meine Haut peelen. Ne, aber da spart ihr euch. Wenn ihr regelmäßig eben die Säuren verwendet, dann spart ihr euch dieses Peeling. Sondern ihr habt immer eine sozusagen gepielte, frische, pralle Haut. Genau, also, da Vitamin C, eben auch Anti-Aging und vor allem gegen die Pigmentflecken bei mir. Mein allerliebster Mix momentan. Das ist übrigens mein Hyaluron-Serum. Ich liebe das. Das ist schon meine dritte Flasche. Auch da habe ich schon mehrere Hyaluron-Serien benutzt und das ist wirklich mein Liebstes. Es ist schon, ja, die dritte Flasche. Und hier hat man auch super viel Inhalt. Also ich mag generell Kolibri-Kosmetik sehr, sehr gerne, weil Preis-Leistung stimmt einfach. Und es ist viel in den Produkten drin. Ich mag das sehr, sehr gerne. Und Hyaluron neigt dazu, sich abzurollen. Also wenn man das so pur auf die Haut aufträgt, dann neigt es dazu, nach dem Einreiben, dass es sich so ein bisschen abrollt. Da entweder der Tipp, ihr macht die Haut ein bisschen nass. Oder wie ich es mache, ich mische es super gerne mit dem Jojoba-Öl. Das mag ich sehr, sehr gerne. Dann ist es halt auch nochmal so ein... Ja, die Konsistenz ändert sich da auf jeden Fall. Ja, und auch Jojoba hat sehr, sehr viele schöne Eigenschaften und schließt vor allem auch nochmal die Feuchtigkeit in die Haut ein. Und mein aktueller Liebster-Mix ist, wenn ich dann halt noch meinen Peptide-Booster mit rein mische. Also die drei wirklich zusammen mische. Ich mag halt diese Kombination aus den drei Produkten, die so zusammen mischen. Da ändert sich auch total die Konsistenz. Es wird dann so auf einmal so total milchig wie so eine Creme. Ich weiß nicht, also dieser Mix aus den dreien habe ich so vor kurzem entdeckt und gefällt mir richtig, richtig gut. Das mache ich auch wirklich auch so intensiv unter meine Augen. Mag ich sehr, sehr gerne. Das hat wirklich so einen schönen glowigen Effekt. Und auch da ist wiederum, ihr müsst nicht so viel benutzen. Auch da könnt ihr sagen, den einen Tag macht ihr das Vitamin C, den anderen Tag macht ihr eben das Niacinamid. Auf den anderen Tag macht ihr das. Man muss das nicht so alles hintereinander machen wie ich. Weil wenn ihr so guckt, insgesamt sind es ja schon fast so zehn Schritte, zehn verschiedene Produkte. Oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ja elf insgesamt. Das ist schon ein bisschen viel. Also wie gesagt, man muss das nicht so viel benutzen. Man kann sich das auch so aufteilen. Dann kommt drauf an, wie meine Haut gerade ist. Im Winter brauche ich so ein bisschen mehr Pflege, weil da neigt meine Haut schon so ein bisschen trocken zu werden. Im Sommer dann eher nicht. Da würde mir dann jetzt im Anschluss nur noch die Sonnencreme reichen. Aber jetzt im Winter, dann tue ich halt nochmal ein bisschen normale Feuchtigkeitspflege. Das ist die von Colibri. So sieht die aus. Auch hier seht ihr super viel Inhalt. Also 100 Milliliter. Also Preis, Leistung ist da einfach mega. Ja, auch die Hautpflege mag ich sehr, sehr gerne. Hier ist kein Parfüm drin. Schön Feuchtigkeitsspenden mit Share Butter und so. Also auch die mag ich einfach sehr, sehr gerne. Sehr schlicht. Ja, dann kommt der Sonnenschutz dran. Es ist so, also ich benutze, ich habe mich viel so durchgetestet mit den Sonnencremes. Und manche neigen dazu, in den Augen zu brennen. Da gibt es einen kleinen Tipp. Einfach mal so ein Labello mit 50er Lichtschutzfaktor. Das ist jetzt meiner, so sieht der aus, 50er Lichtschutzfaktor. Ja, den tue ich gerne unter die Augen, weil das halt auch nochmal dann, ja, ist halt eben der Lichtschutzfaktor und schützt einfach, dass die Sonnencreme dann nicht im Laufe des Tages, was halt ich ganz oft hatte, in die Augen kriecht. Weil manche neigen dazu einfach, ja, ein bisschen in den Augen zu brennen. Den Sonnenschutz von Paula's Choice benutze ich sehr, sehr gerne im Winter, weil es sehr reichhaltig ist. Es ist auch eigentlich ein Moisturizer mit Lichtschutzfaktor. So sieht der aus. Ja, es ist auch ein Moisturizer eben mit Lichtschutzfaktor 50. Ja, ich finde den sehr angenehm, riecht nicht zu stark, ist schön pflegend, mag ich sehr, sehr gerne. Ansonsten gibt es auch sehr, sehr schön in der Drogerie. Das sind so meine beiden, die ich eigentlich eher im Sommer benutze. Da mache ich dann halt kein Moisturizer, sondern noch meine ganze Serum und so reicht mir dann und dann reicht mir auch dann vollkommen nur noch den Sonnenschutz rauf. Und da kann ich euch aus der Drogerie auf jeden Fall einmal den von Niver empfehlen. So sieht der aus. Der ist auch sehr, sehr angenehm, riecht nicht, ist nicht zu fettig, ohne Parfüm. Also mag ich sehr, sehr gerne. Und der andere, das ist auch so ein Dupe von La Roche-Posay. Den hatte ich nämlich auch und das ist nämlich der von Garnier. Das ist dieser Shake Fluid. Der ist sehr, sehr flüssig. Super für den Sommer, weil ich neige wirklich dazu, wenn ich zu viel Produkt im Gesicht habe, also zu fettig dann meine Haut ist, dann neige ich sehr dazu, dass mein Gesicht sehr doll schwitzt. Deswegen liebe ich da eben das auch im Sommer. Der fokussiert. Ja, und im Winter mag ich es schon reichhaltig. Ihr seht ja auch, am Ende ist mein Gesicht ganz schön glänzend und fettig, kann man sagen, aber das zieht wirklich innerhalb von ein paar Minuten, zieht das Ganze ein. Und dann als letztes meine liebste Lippenpflege. Die ist ein bisschen teurer, von Lanage ist die, aber ich habe die schon so lange, da ist einfach so, so viel Produkt drin. Man braucht auch gar nicht so viel. Und tagsüber, also morgens mache ich mir meistens mal nach den Zähneputzen so eine dünne Schicht drauf und abends mache ich wirklich so eine schöne dicke Schicht. Mag ich super, super gerne. Ich habe mir jetzt schon ein neues bestellt. Habe ich nämlich schon fast aufgebraucht. So sieht die aus, die Lip Sleeping Mask von Lanage. Ja, so sieht die aus und das war es eigentlich schon. Es sind viele Schritte, aber ja, ich mag das halt eben, diese Zeit da zu verbringen im Badezimmer. Ja, und das war es eigentlich zu meiner Pflege. Und genau durch diese Pflege, die ich euch gezeigt habe, hat sich mein Hautbild um so, so viel verbessert. Also vor allem, wie gesagt, mein Hauptproblem waren die Pigmentflecken, die mich sehr, sehr gestört haben. Ich war schon immer, ich habe mich schon, ja, sehr früh angefangen zu schminken, aber ich habe nie Foundation benutzt. Ich habe immer es gehasst, Foundation im Gesicht zu haben. Ich weiß nicht warum und es ist bis heute so, ich mag keine Foundation zu benutzen. Ich weiß nicht, ich mag immer dieses, das Hautbild, also ich mag lieber Haut zu sehen als dieses Foundation, also diese Schichten und dieses so cakey Gesicht und so mag ich gar nicht. Ich habe halt früher immer noch, vor anderthalb Jahren, ja, nee, vor zwei Jahren habe ich noch wirklich, ich habe immer BB und CC Creams benutzt, ne, die ja so ein Tinted Moisturizer, die so ein bisschen das Hautbild ebnen, aber halt eben nicht wie so Make-up sitzen. Das habe ich immer benutzt, weil ich eben ein bisschen diese Pigmentflecken kaschieren wollte. Und auch das seit über einem Jahr benutze ich gar nicht mehr, weil ich so zufrieden mit meinem Hautbild bin. Ich benutze halt wirklich nur so Concealer-Punktual, also ein bisschen so meine Augenschatten abzudecken oder so ein bisschen meine Rötungen um die Nase. Ansonsten benutze ich keine Foundation, weil das auch ganz oft die Frage kommt. Ich habe zwar eine, die ich sehr, sehr gerne mag, falls mal so ein besonderer Anlass ist oder so, dann ist das die einzige, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag, von Giorgio Armani, die Luminous Cirque. Die kann ich euch empfehlen, weil die Frage kommt sehr oft. Die mag ich sehr, sehr gerne, weil die wirklich nicht so nach so starkem Make-up aussieht. Okay, aber im Alltag benutze ich halt keine Foundation. Ja, und das war es eigentlich zu meiner Morgenpflegeroutine. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen informieren, ein bisschen Tipps geben. Ihr könnt mir auf jeden Fall Feedback geben, wie euch das gefallen hat, ob das so okay war und ja, ob ihr auch die Abendroutine sehen wollt. Also dafür auch bitte sehr gerne einen Daumen hoch dalassen, den Kanal abonnieren und auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst. Ja, Anregungen, Tipps und so weiter könnt ihr mir sehr, sehr gerne geben. Dann bin ich happy. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.